Die sind beide gleich alt, Depp. Weg! Jetzt geh weeg! Jetzt geh! Nein, ich chatte nicht mit meiner Freundin! Oder Ripper? Boah, ich hab doch grad Schrauben geholt, wo hab ich die hingetan? Oh, ich würd schon mal lachen! Oh, Leck! Aber siehst du, meine Ma war ganz geschillt? Ich glaub, meine Werte mir den Kopf auf jeden Fall ist, weil sie mich schon mal dritter ist. So, ich bleib jetzt für immer hier AFK im Spawn stehen und ich beleg mich die ganze Zeit, dass ich nicht inaktiv werde. Ich krieg diese Kack-Schraube nicht rein, Junge. Ja! Wie eiskalt das gerade, war einfach so. Ja, hi, ich hab meinen Schraubtisch-Kopf gemacht und schraub ihn gerade. Oh, fuck, ich hab mir den Finger geschraubt. Oh, du bist so lecker! Oh, du bist so lecker! Ich blute! Ehhhhhhhhh! Aber du bist so schlecht! Ich hab den Finger geschraubt! Fickt euch, Junge! Wir haben... Wo haben wir? Warte, wir haben uns 23.31 Uhr! Wir haben 23.31 Uhr! Ich darf schlecht sein! 23.31 Uhr, wenn ich bitten darf! Ja, war ehrlich! Ich hab den Knochen voll unterdachen! Jetzt bleib doch mal im Brett, du dumme Schraube! Ehhhhhhhhh! Ehhhhhhhhh! Ehhhhhh! Ehhhhhhhhh! 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 Ouhhh! Oh. Ist mein, ne, andere Finger. Ehhhhhhhhh! Ooooooohh! Ich gehe gleich ins Krankenhaus. Jetzt Du dumme Schraube! Ich geb den tipp, tu so irgendwo anders rein! Sollts dir ver'nabend nochmal nicht im, in das... in den Finger bohren... Schraube, geh in den Tisch! schraube gegen den tisch unter der schraube ist auch eine schraube deswegen geht das er ist der blitzwerker schlicht hin diese kack schraube jungen macht schaxen aber nicht vermisst freezer ich vermisse freeze wo ist freezer eigentlich? sie haben am pc durchgeschmortet internet weg oder er hat einfach kein bock auf uns das denk ich ja nett boah dieses nicht ausrasten schlackere ich den rest von meinem schreibtisch auch kaputt junge wie diese kack schraube nicht in dieses kack loch will eine frage was willst du in der zukunft werden? wofür zu arbeiten? koch er will handwerker werden er übt doch wenn er koch werden will dann ach so ich hab die ganze zeit den knopf falsch rum gedreht das ist falsch so dämlich kann man das schon fast nicht sein so dämlich kann man das schon fast nicht sein so jetzt hab ich das loch viel zu weit geboren ja moment gleich 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 hab ich's aber ich hab jetzt hab ich meine schraube irgendwo oh mein gott da ist ein tank tank wir haben ein tank vor uns ja ne schütze ich kann so weg ja bist du eigentlich eigen oder liebste noch? ich lebe noch ich lebe noch ich lebe mir vor alles kann ich nicht vor der 2 schon seit 5 minuten ja jetzt wird zwölf ja klar da geht die schraube schraube nicht durch das andere Brett ja ja es wird Handwerker auf jeden Fall boah schon wieder nett das ist kein schreibtisch mehr das ist ein Käse also ich hätt's ja glaub ich schon fast mit Klebeband gemacht zweifel der Handwerker okay ja genau jetzt kommt es auf die Idee oh mit oh Paterfix oh ja Paterfix das kommt hundertprozentig auf Youtube also hey ich hab's geschafft ich hab's geschraubt Dio hier hat auch nur eine halbe Stunde oder so wie Dauer er wird auf jeden Fall Handwerker ja und 100% alter ach wie wenn ihr es besser könnt äh ich hab mein Schraub ja auf jeden Fall ja das kann ich kaputt machen ich hab sogar mein Bett alleine zusammengeschraubt ich hab sogar mein Schrank alleine zusammengeschraubt Junge und da war ich 8 da war ich 8 so jetzt nicht auf nicht aufregen nicht aufregen nicht aufregen wieso was ist los ist er wieder auseinandergebrochen ah dieses Zombie wie nein wenn ich mich jetzt aufrege dann gehen die Schrauben weg leg dich auf los bitte Trank naaa ich bin auch weg no ich reg mich nicht auf nein 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 überhaupt nicht ich geh jetzt TF2 zocken ich dachte wir wollten nur skypen ja ich dachte du bist ja hier beschäftigt nö 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 nö